Hallo ihr Lieben, es gibt ganz tolle Neuigkeiten und zwar hat YouTube die Kanalmitgliedschaft für unseren Kanal freigeschaltet und das möchte ich euch natürlich gerne weitergeben. Zuerst möchte ich euch noch erklären, dass alles eigentlich wie beim alten bleibt, also die ganzen Videos, die ihr von mir kennt und die neuen, die noch hinzukommen, die bleiben nach wie vor kostenlos für euch stehen die zur Verfügung und ihr könnt ihr auch uneingeschränkt so oft anschauen wie ihr möchtet. Aber die Kanalmitgliedschaft beinhaltet ganz besondere Vorteile und zwar gibt es da von mir so süße Emojis und zwar sind das Merlin Emojis und ich denke ihr freut euch genauso darüber wie ich. Schaut mal, ich habe sie euch hier eingeblendet, da könnt ihr sie schon mal anschauen. Die dürft ihr also dann verwenden und das macht natürlich sehr viel Freude. Also immer wenn ihr im Live-Chat schreibt oder auch unter den Videos schreibt, könnt ihr gerne den Merlin dazu nehmen. Ich denke mal, dass sich da auch alle anderen sehr darüber freuen werden und ich natürlich sowieso, wenn jetzt Merlin dabei ist. Die Nachrichten oder die besonderen Mitteilungen, die ich für euch habe, die findet ihr ab sofort in den Community Tab. Schaut mal, hier habe ich euch ein kleines Bild gemacht, damit ihr wisst, was ich meine. Da steht dann der vierte Punkt heißt Community und dort klickt ihr einfach mal drauf und dort gibt es dann extra Mitteilungen nur für Kanalmitglieder, die ihr euch anschauen könnt. Natürlich gibt es auch für alle anderen nach wie vor Nachrichten immer wieder mal da drin, wo ihr auch einfach mal lesen könnt und eben dann schaut, was ich da so für euch vorbereitet habe. Auf jeden Fall werden wir eine wunderschöne Zeit zusammen haben mit den Emojis und ich freue mich so sehr darauf. Hier unter dem Video findet ihr schon den Button, wo ihr euch anmelden könnt. Da steht drauf Mitglied werden. Da klickt einfach mal drauf. Das passiert am Anfang noch gar nicht. Ihr seht dann nur, was alles, also die Beschreibung seht ihr und wenn ihr dann tatsächlich Mitglied werden möchtet, dann klickt ihr noch mal drauf auf den bestimmten Button und dann seid ihr Mitglied und ich sage jetzt schon herzlich willkommen an alle Kanalmitglieder. Ich freue mich so sehr auf euch. Ja und dann sage ich jetzt bis bald!